Und dann schreibe ich mich dann, willkommen zu einer kleinen Runde. So, wir beginnen uns heute mal mit dem Olvi, dem guten Jahr. Hallo, ich nehme dir. Ja, ich würde mal sagen, renn mir einfach nach, dann ich habe hier keine Route, aber... Ich habe ein Schwert, ich habe ein Schwert. Okay, man sollte vielleicht mal sagen direkt, dass dein Video ein One-Taker ist. Und zwar, nimmt der Wollre die Runde so, wie sie jetzt kommt, egal was passiert. Olvi, das wollte ich gleich sagen, das ist mein Kanal. Nee, ist egal, was jetzt passiert. Also, ich dachte jetzt gerade, du bist runtergefallen. Nee, ich habe ein Schwert. Bist du hinter mir noch? Ja, bin ich. Bist du hinter mir? Okay, perfekt. Wir haben eine Kiste verpasst. Wir haben eine Kiste verpasst. Das ist ein Holzschwert für dich. Ich glaube aber... Okay, nimm es einfach mit. Siehst du noch, wo ich bin? Perfekt, perfekt, perfekt. Renne mir einfach nach. Oh, Olvi, Olvi, ich habe... Ich habe Angst, dass du gleich verreckst. Ich habe ein Schwert. Hier, ich habe noch ein Holzschwert. Also, wenn du das nicht brauchst... Ich habe noch ein Eisenschwert. Beschütze mich ganz kurz. Ich habe es runtergeworfen, es ist nicht. Okay, okay, okay. Eine Lederhose habe ich. Ach, egal, kommen wir jetzt weg. Ich habe ein Level auch. Okay, gut. Weißt du, wo der Verzauberungstisch ist? Weißt du, wo der ist? Der ist in einem komischen Luftboot. Aber das lohnt sich jetzt noch nicht. Wir müssen einfach Kisten suchen. Weißt du, wo hier Kisten sind auf der Web? Ich kenne die leider gar nicht. Nein, ich kenne die nur auf einem anderen Server. Ich drehe mal den Shader aus, weil sonst leckt es. Hier ist eine Kiste. Ich habe jetzt auch noch ein Steinschwert. Hast du schon ein Steinschwert? Ja, habe ich, habe ich, ja. Aber du nimmst 150 FPS und es läuft trotzdem nicht flüssig. Ach nee, ich habe keinen Steinschwert. Aber das fällt mir gerade auf. Ich spiele ja so gut wie nie PvP jetzt in letzter Zeit. Aber mir fällt auf, es ist eine gute Taktik. Lauf auf Slot 9 mit deinem schlechten Schwert rum, damit die Leute denken, wir sind schlechter. Und falls die dann kommen, switchst du es hier rüber. Mach es mir einfach auf Slot 2, weil sonst switch ich immer so komplett rüber. In dem Haus drin ist jemand. Den können wir zusammen kriegen, Olvi. Gemeinsam ist alles besser. Gemeinsam ist alles. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Ja, ich gebe ihm böse von hinten. Du kannst, ja. Oh, perfekt, perfekt. Gut, gut, gut. Alter. Junge, der ist da einfach so hochgejumpt. Spring mal hier rauf, da sind wir sicher. Was geht bei dem Typen schief? Das rastet ja richtig aus. Oh, schau mal, spring mal hier hin. Pass auf, warte. Hier, komm mal her. Kann man rein? Nee, nee. Wie geil ist das denn? Alter, der hat ein Eisenschwert. Junge, geil. Wie siehst du denn? Nee, ich hatte ein Eis... Ich habe Modus, weißt du? Nee, der hatte ein Eisenschwert, den ich getötet habe. Das habe ich auch. Das ist geil, Alter. Der hatte letzte Rüstung. Hast du irgendwas für mich jetzt? Oberteil aus Leder oder so was? Da, nimm das. Oh, der da drin, der hat nichts. Der ist ja easy. Alter, lass mal gleich in den Zauber gehen. Pass auf, warte ganz kurz. Kann man hier Leute jetzt freundern? Warte, das hier habe ich noch für dich und das und das und das. Weil der sagt, nächster Spieler entfernen. Oh Gott, ich sammle alles wieder auf. Ja, ja, warte mal. Man kann keine Leute ändern. Ich glaube, man kann die nicht entfernen, ne? Achso, Goldhelm hast du schon, ne? Ja, ich brauche einen Lederbrustpanzer, wenn es geht. Da, nehmen wir den endlich. Oh, Junge! Hier ist jemand. Der hat aber nichts. Ja, oh Gott, ja, geil. Der hat aber einen Eisenbrustpanzer. Der bleibt einfach stehen. Nicht runterschlagen, nicht... Oh. Oh, Junge, wir haben ihn. Perfekt, wir haben ihn perfekt. Hast du einen Bogen? Ich habe zwei Pfeile. Ich habe keinen Bogen, nein. Aber den Brustpanzer. Und dann hast du noch diesen Brustpanzer für dich. So. Wir sind schon ganz gut equipped eigentlich jetzt. Ja, behalte du das bessere Zeug. Du nimmst ja auf. Genau. Soll ich dir die zwei Pfeile geben oder darf ich die behalten, falls wir einen Bogen bekommen? Ähm, nimm auch noch die Pfeile. Okay, dann behalte ich die. Dann musst du mir einen Bogen, kriegst du den am besten mir Dreck geben. Guck mal, hier ist eine Kiste, da haben wir die gelootet. Oh, da hinten, da hinten battlen sich Leute. Hier ist noch ein Kompass drin. Sollen wir abstauben? Da hinten battlen sich Leute, lass abstauben. Ja, ja, der hat Full Iron, Alter. Der bringt es richtig. Okay, gut. Das ist ein guter Abstauber. Okay. Ja, ja. Ey, wollen wir? Die Runde kann was werden. Oh, ich won it einfach, Alter. GG. Das war richtig krass. Oh, nee, ich habe das Gefühl, ich übersteuere die ganze Zeit. Ich hoffe nicht. Nee, du übersteuerst nicht ganz so. Also im Teamspeak geht es, es klingt okay. Oh mein Gott, ja, meistens ist es schlimmer. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm. So, so. Okay. Oh, Junge. Ich habe richtig Angst. Hast du noch einen besseren Helm? Hast du noch einen besseren Helm? Oder so? Nee, ich habe keinen besseren Helm. Ich habe irgendwelche Schuhe, aber so. Also ich habe einen Goldhelm, den hast du, glaube ich, auch. Äh, nee, habe ich nicht. Gib mir den Goldhelm, bitte. Ich habe den dir aus Versehen zugeworfen. Das war ein bisschen... Hast du ein Eisen? Weil dann kann ich mir einen Eisenschwert machen, falls du auch einen Stick hast. Ein Diamant, aber nee, den habe ich leider nicht so. Hast du sonst was zu essen, weil ich fresse gerade rohes Hühnchen? Äh, ja. Oh Gott, Albi ist vergiftet. Oh nein, oh nein. Äh, hast du viel Hunger? Nee, dann, aber ich gebe dir mal das und das. Aber viel zu essen habe ich auch nicht mehr. Ah, doch, ich habe einen Eiffel. Oh, das habe ich auch? Oder nee, habe ich nicht. Und da, Arrow, falls du einen Bogen kriegst. Ach, ich habe einen Bogen. Dann gib mir das vielleicht. Weil ich glaube, du hast ansonsten das bessere. Äh, bessere Brust und so. Obwohl, nee, Alter, wir sind richtig stark gekümpft. Gib mir den Bogen. Ja, stimmt, dann bist du besser. Ja, so. Alter, wir haben echt nichts. Und außerdem hast du ein Eisenschwert. Ich habe nur einen Steinschwert. Spieler-Tracker. Das ist blöd, aber das geht jetzt nicht. Ja, das geht nicht. So Olvis, fünf Blücke entfernt. Aber da sehen wir wenigstens, wenn jemand schon näher als dir dran ist, dann denken wir dann noch so wissen, da können wir wissen, dass irgendwas gewaltig schiefläuft. Ja, könnte problematisch werden. Ich glaube, hier oben sind auch Kisten. Das habe ich mal gesehen bei einem anderen Server. Da waren da oben auch Kisten drauf. Ich weiß ja nicht mehr, wie man da hochkommt. Ach, und Olvi, lass mal dort zum Verzauberungszuschuss gehen, weil jetzt bringt es richtig. Jetzt können wir, ich weiß nicht, ob du schon Level hast vielleicht. Nee, ich habe kein Level, aber du hast Level. Aber ich hätte eins, ein Eisenschwert verzauberndes OP. Ja. Das ist richtig geil. Das ist dann so gut, sogar besser als ein nicht verzaubertes Dierschwert. Vielleicht ist es besser. Ich weiß nicht, war das nicht immer so ein Zufallzeug? Äh, so ein Dings. Ja, gut, wenn du jetzt Rückstoß bekommst, wird es wohl kaum besser sein, ne? Aber Schärfe ist, glaube ich, besser. Ja, ich finde Rückstoß aber geil, Alter. Obwohl, Rückstoß ist eigentlich schlecht, ne? Weil, äh, dann kannst du nicht so gute Kombos machen und so. Ja, ja. Ja, das ist blöd, ne? Das ist blöd. Ich loot gerade mal alle Kisten, die hier sind, aber die sind alle schon leer. Mach das, mach das. Es sind noch vier Leute, glaube ich, übrig. Drei Leute außer uns. Ey, Wollre, das ist ja mal ein Mega-One-Taker. Alter, das ist richtig krass. Wir müssen mal öfter so ein Zeug machen. Oh, da hinten ist noch ein Team. Aber die sind nicht so gut equipped wie wir. Lass die direkt holen. Lass direkt drauf. Wenn wir die aber töten, dann ist Deathmatch direkt. Warte, warte, lass mich erst essen. Lass mich erst essen bevor, wenn du nachher drauf gehst. Okay, ich hab was gegessen. Oh, pass auf. Oh, pass auf, pass auf. Der schießt mit dem Bogen. Hä, der mit dem Bogen ist ja voll dumm. Wollre, geh mal weg. Wollre, geh zurück. Ich schieß mit dem Bogen drauf. Alter, nein, 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 nein. Oh, Junge. Hab ihn, hab ihn. Also, du hast mir richtig Hard-Damage gemacht mit dem Bogen, Alter. Boah, Junge. Das war richtig krass. Okay. Ich hab einen Diamanten. Wir können uns ein Diaschwert machen. Oh, nein. Aber ich hab keinen Stick. Hast du einen Stick? Nee, ich hab keinen Stick. Okay, dann geh ich schnell mein Eisenschwert verzaubern. Weil das Deathmatch beginnt in einer Minute. Scheiße. Aber das schaff ich noch. Das schaff ich noch. Das schaff ich noch, Leute. Das schaff ich noch. Ich will das verzaubern. Ich will das verzaubern. Nein, da kommt noch jemand. Junge, Junge. Nee, okay. Kriegst du den? Ich schaff das nicht mehr. Nee, ich hab Damage. Renn weg, renn weg, renn weg. Ich renne. Ich bin außer Reichweite. Der wollte auch zum Verzauberungstisch. Der wollte auch zum Verzauberungstisch. Ich seh euch. Lasst drauf, vielleicht schaffen wir es vor dem Deathmatch schnell zu kriegen. Das wäre richtig geil. Er steht, glaube ich, am Verzauberungstisch. Dann machen wir uns unser privates Deathmatch. Ja. Okay. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay. Pass auf, der spielt mit dem Feuer. Der spielt mit dem Feuer. Einfach drauf gehen. Nein. Scheiße. Super Chris. Super Chris. Hä, was geht mit dem? Der ist rin. Der kriegt mich. Der kriegt mich. Ohne Spaß, der kriegt mich. Warte, ich hab einen Goldapfel noch. Oh mein Gott. Oh, jo, jo. Das wird spannend. Okay, der war richtig dumm, was ich gemacht habe. Der wird mich kriegen. Ich hab eine richtig schlechte Rüstung. Das war richtig unüberlegt. Hä, wo ist der? Der ist hinter dir. Pass auf, pass auf. Oh, epischer Bogenkampf. Oh. Okay, okay, okay. Oh, mein Aim ist so gut. Oh mein Gott. Ich hab keine Pfeile mehr. Oh, hier seht ihr ihn. Hier seht ihr ihn springen. Oh, der Olvi. Oh mein Gott. Oh, der hat Feuer gemacht. Das ist aber gelöscht worden. Kann es sein, dass es irgendwie regnet im Game? Nee, nee. Es regnet nicht. Oh ja, dann hat er mich jetzt. Ja, ich kann nichts machen. Ich werd draufgehen. Ja, komm. Ich hab keine Pfeile mehr. Oh, scheiße. Das ist mein Tod. Oh, ich hab mir auch. Das ist... Ja, okay. Ach, kacke. Das hat echt kacke gemacht. Warte mal, ich versuch hochzureggen. Ich hab zwei Diamanten. Aber geistig. Mann. Ja. Oh, Olvi. Okay. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, es war trotzdem eine ganz anständige Runde. Mann, das war so dumm, was ich gemacht habe. Ich hätte nicht so draufgehen sollen. Ja, wir hätten bis zum Deathmatch warten müssen. Wir waren irgendwie so gierig, ihn noch vorm Deathmatch zu bekommen. Das wär halt echt gut, weil ich dachte, der ist dort beim Verzaubern gerade, aber dann war der... Der hat halt Dia-Schwert und so. Das war richtig krass. Okay. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, es war trotzdem eine ganz in Ordnung, die Nigi-Digi-Gige Runde. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, wie ihr solche One-Taker findet, die ich einfach auch gar nicht schneide oder so. Ähm. Ich muss sagen, ich persönlich... Gar nicht mal meine persönliche Meinung so ein bisschen reinbringen. Ich find die anderen einfach cooler irgendwie. Ups. Jetzt bin ich aus der Welt gefallen. Naja, aber ich find die anderen einfach cooler, weil es irgendwie unterhaltsamer ist und so. Aber das ist ja nur meine Meinung und eure Meinung zählt ja. Deswegen, für mich wär's übrigens auch weniger Arbeit, wenn ich nur noch solche Videos bringen würde. Also gerne einfach mal eure Meinung schreiben. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaut gerne auch beim All-Wi vorbei, auch wenn ihr im Moment keine Videos bringt. Aber dafür Livestreams. Ja, genau. Livestreams sind immer was. Und tschüss. Tschüss. Tschau Leute. Tschau Leute.